Herr Krüger, Sie sind Landrat in Cuxhaven, vom Landkreis Cuxhaven. Wir treffen uns am 4. Juni in Berlin zum Kommunalkonferenz der Bertelsmann Stiftung und die hat den Claim, Nachhaltigkeit braucht starke Kommunen. Was ist für Sie die größte Stärke von Kommunen in Bezug auf Nachhaltigkeit und die Agenda 2030? Ich bin davon überzeugt, dass die Kommunen kurze Wege haben, vor Ort sind, die Erlebniswelt der Menschen vor Ort gestalten, durch ihre Investitionen, durch ihre Tätigkeiten auch sozusagen Wege vorgeben können, die andere begleiten und hier mitgehen können. Und vor allen Dingen bin ich mir sicher, dass in den Kommunen viele Bürger sind, die das unterstützen und mit diesem Wissen, was die haben, das hat man weder auf Bundes-, Landes-, kommunaler Ebene, dieses Know-how, was Bürger mit einbringen, das kann man eben direkt vor Ort. Ja, vielen Dank. Und Sie waren Bürgermeister von Geestland, nun sind Sie Landrat Cuxhaven. Aber auch als Person Thorsten Krüger wurden Sie mir geschildert als jemand, der schon immer sehr aktiv ist für Nachhaltigkeit und die Umsetzung der 17 SDGs. Was treibt Sie da auch persönlich an? Naja, also das ist ja, also ersterlich die Betonung auf Nachhaltigkeit. Ich nenne es ja lieber enkeltauglich, weil nachhaltigen Schokoriegel gibt es schon, nachhaltig, also wenn man sich die Nachhaltigkeit anguckt, bedeutet das ja eine Vielfalt. Im Grunde genommen wird das gesamte Leben eines Menschen dort abgebildet. Es geht über Gesundheit, über Arbeit, über Bildung, aber auch eben, dass wir Wirtschaftswachstum brauchen, Frieden. Also wenn wir uns das angucken, ist es das das eine, dass ich sage, ich möchte, dass eben in dieser Gesamtheit Ökonomie, Ökologie und sozialen Feld das gesehen wird. Und dann habe ich Kinder, ich sage, ich möchte, dass die auch eine Zukunft haben, die so wie ich in Frieden aufwachsen konnten, aber immer noch einer lebenswerten Welt. Und dann ist es so, ich finde ja immer so, dass die Leute kommen und sagen, ja Klima und Klima ist ein Teil davon, Klimawandel, Klimaschutz. Und sie müssen sich das einfach so vorstellen, so sehe ich das. Wir stehen ja kurz vor der EM, also wollen wir das mal am Handel eines Fußballbildes erzählen. Also Klima und Klimawandel, Klimaschutz, das ist so der Torwart der Mannschaft. Nachhaltigkeit ist die ganze Mannschaft. Sie werden nämlich mit dem Torwart, der wird kein Spiel alleine gewinnen. Der ist zwar unheimlich wichtig, aber der wird das Spiel nicht alleine gewinnen. Und das, glaube ich, ist eines der größten Dinge, die mich antreiben, dass ich auch zeige, dass sowas wie die anderen Themen, dass wir sie nicht außen vor lassen können. Ich kann nicht nachvollziehen, dass wir versuchen, Klimapolitik, also das kann man gerade das ein oder andere Mal schon mal in Berlin erleben, dass man mit Klimapolitik auch Sozialpolitik betreibt. Und ich nenne da so einen meiner Lieblingsbeispiele. Wenn ich 80 bin, brauche ich keine andere Heizung mehr einbauen, weil man es sich dann vielleicht nicht leisten kann. Daher ist, glaube ich, diese Ganzheitlichkeit, die ich daran sehe, und die Erlebniswelt der Menschen vor Ort. Und es geht um auch dabei, ein bisschen Zuversicht zu vermitteln. Denn wenn die Leute nicht mitmachen und wenn wir immer nur diese Katastrophenmeldung hören, dann möchte ich wissen, warum die jungen Menschen überhaupt sich noch engagieren sollen. Dann sagen die doch, ey, das hat sowieso keinen Sinn. Und das, glaube ich, ist unsere Aufgabe. Und ich versuche mit diesem Engagement den Rahmen zu setzen, damit die jungen Leute, die nach sozusagen machen, hierherkommen, auch dann ihre Welt gestalten können. Ja, ich finde schön, wie Sie in Bildern sprechen. Und das Fußballfeld, das wird mir jetzt auf jeden Fall mich weiter begleiten, wenn ich über Nachhaltigkeit spreche. Etwas andere, was ich schon von Ihnen mitgenommen habe, ist, wie Sie Agenda interpretieren, nämlich mit, was zu tun ist. Und in Bezug auf die Agenda 2030, weiß ich, was wird besonders auf kommunaler Ebene getan? Ja, also ich glaube, das ist auch wieder ein Feld, was wir nicht individuell beantworten können, also gerade nur individuell beantworten können, nicht pauschal, denn es gibt unterschiedliche Rahmenbedingungen. Ich bin im Rahmen meiner Tätigkeit ja auch das ein oder andere Mal zu anderen Kommunen gefahren, habe dort berichtet. Also ich will das mal so sagen, bei uns vor Ort hier in der Region breitet sich dieses Thema auf der kommunalen Ebene der kreisangehörigen Gemeinden aus, dass man sich immer mehr dem Thema Nachhaltigkeit widmet. Jetzt könnte man sagen, die Geschwindigkeit ist zu langsam, aber auf der anderen Seite ist das, was dort entwickelt, beständig und von Leuten getragen, weil wir haben nichts davon, von oben her ab, Sachen zu diktieren. Im Moment ist das so, dass die finanzielle Lage für die Kommunen anstrengend ist und dann sollen sie noch zusätzliche Aufgaben. Dann gibt es den Fachkräftemangel und das, was vor Jahren verschlafen worden ist, soll jetzt alles nachgeholt werden und dann noch sollen die das machen, obwohl der Bund nichts macht und es nützt auch nichts mit einer Finanzierung von zwei Jahren, weil diese Aufgabe ist langwierig. Und wir brauchen wirklich den Mut, jetzt diese Probleme disruptiv anzugehen und es ist schon, wir haben die Zeit, wo wir genügend Geld hatten, verpennt und auch verpulvert. Und gucken Sie sich unsere Infrastruktur an. Und da ist dann die Forderung, die ich in Berlin habe, neben diesen Beauftragten, ich möchte ein Konjunkturpaket 3 haben, das ich nenne Sanierung und Demokratie, weil wenn man vor Ort in seine Gemeinde investieren kann, LED-Lampen oder hier energetische Sanierung, kann ich gleich auch eine Verbesserung machen und damit auch den demokratischen Gedanken vor Ort stärken und ich kann was für die Nachhaltigkeit tun. Und das sind aber keiner mehr in der Lage. Bei dem Sanierungsstau werden die Gemeinden das aufgrund ihrer Ausstattung nicht bekommen. Wir bekommen immer mehr Aufgaben, aber es wird der Bund und Land vergessen, immer das Geld nach unten durchzugeben. Und ich kann, da ich auch Bürgermeister einer kreisangehörigen Kommune war, das schon verstehen. So. Aber was man nicht darf, und das ist so das, was ich sage, ich will in dieses Jammertal nicht eintreten und sagen, wie schlecht alles ist. Wir haben jetzt andere Rahmenbedingungen, müssen wir neu denken, machen. Punkt. Und auch die Kritik, die wir, weil ja auch in Nachhaltigkeit das Thema Frieden ist, die Kritik, die wir jetzt gerade üben, keine Regierung muss so viele Probleme lösen, zur gleichen Zeit zwei Kriege, Inflation, Wirtschaftsproblematiken, Energiekrise. Aber das ist auch keine Ausrede. Dafür ist man da, Ärmel hochkrempeln und machen. Das würde ich mir einfach wünschen. Sie vertreten ja einfach mit Ihrer persönlichen Historie Städte und Gemeinden, aber eben sind jetzt auch Landrat. Was ist für die Landkreise besonders wichtig bei der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie? Neben den Themen, die Sie jetzt schon genannt haben, die waren ja schon sehr konkret, aber wo würden Sie sagen, da muss man nochmal in den Schwerpunkt setzen? Ich glaube, die Landkreise müssen in die Lage versetzt werden, zu investieren und gleichzeitig die Möglichkeit haben, auch die Ressourcen aufzubauen, um mit den Gemeinden zusammen und den Bürgern diese Themen anzugehen. Denn ich bleibe dabei, wir werden mit von oben herab diktiert, das nicht schaffen, auch wenn das der eine oder andere glaubt und so nach dem Motto, wir können das, weil wir da sitzen, aber es wird langfristig keinen Erfolg haben. Und daher würde ich mir wünschen, die Ressourcen sowohl personell wie finanziell dafür zu fügen. Und bei der Konferenz am 4. Juni in Berlin werden wir auch in einem der vier Foren über Stadtplanung sprechen. Das spielt ja auf jeder kommunalen Ebene eine wichtige Form, Landkreis, Städte, Gemeinden. Alle müssen planen, bauen und Mobilität haben Sie ja schon angeschnitten als ein wichtiges strategisches Thema. Warum ist gerade diese Planung von Stadtplanung und Entwicklung so wichtig, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen? Naja, wir machen ja Folgendes. Je urbanere Strukturen wir kriegen, umso mehr versiegeln wir Fläche. Je weniger Vielfalt haben wir und je mehr Menschen wir auf kleinen Raum hinbringen, ist es natürlich, bringt es auch im sozialen Bereich auch Aufgaben. Darum sehe ich das so, dass es wichtig wäre, dass wir eine ganzheitliche Planung ansetzen, städtebaulich, aber auch im Bereich der unteren Naturschutzbehörde bis hin zu den sozialen Dingen. Denn Nachhaltigkeit bedeutet ja auch genauso, das Ehrenamt zu stärken. Und aus manchem Ehrenamt in Deutschland ist ja eigentlich sowas, damit decken wir ja eine Pflichtaufgabe ab, wie zum Beispiel Feuerwehr. Wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt zwar Berufsfeuerwehren, aber die Masse ist freiwillige Feuerwehr. Und wir können durch die Investitionen vor Ort und die Planung vor Ort individuelle Strukturen schaffen für Arbeitsplätze, aber auch für Wohnraum. Und das sind also die Dinge, und wir machen den Fehler, dass wir, dann denken wir die Stadtplanung, dann denken wir die Kinderbetreuung. Und wir reden ja gerade jetzt auch viel von einer Work-Life-Balance. Ich würde mir das wünschen, dass wir so eine Balance auch für die Kinder haben. Bei der Ganztagsbetreuung in Deutschland kriegen die Kinder noch vier Wochen frei ohne Betreuung und elf Monate werden sie betreut. Jeder Arbeitnehmer hat sechs Wochen Urlaub. Also ich glaube, und daran kann man sehen, dass manche Sachen gut gemeint sind, aber wir müssen uns dann vielleicht, und darum ist das eben wichtig, dass wir nicht nur städtebauliche Planung machen, sondern dass wir richtige Zukunftsplanung machen. Also wir zum Beispiel hier im Landkreis schaffen gerade eine Stelle Kreisentwicklung und nicht die Kreisentwicklung Wirtschaftsförderung oder Raumordnung, sondern wie wollen wir 2030, 35 leben? Was wollen wir bis dahin erreichen? Und überlegen, wie können wir sowas skalierbar machen? Ja, und ich freue mich, wenn Sie bei der Kommunalkonferenz auch nochmal da mit Ihren Kolleginnen und Kollegen darüber in Dialog gehen. Da sind ja alle drei kommunalen Spitzenverbände und alle relevanten Akteure in dieser kommunalen Szene sind Kooperationspartner mit der Bertelsmann Stiftung. Was erhoffen Sie sich persönlich als Zeichen von dieser Kommunalkonferenz für die deutsche Neubreitigkeitsstrategie? Als erstes, dass alle drei Verbände Schulterschluss machen und zusammenarbeiten. Das Zweite, dass wir in Berlin nochmal einen Anlauf nehmen und auch zeigen, dass die Sichtbarkeit wesentlich stärker sein muss, dass also Sie nochmal drüber nachdenken, das Thema nicht nur Bayern-Habeck zu platzieren mit Klima, weil wir haben ja sichtbar gemacht, dass wir einen Teilaspekt der Nachhaltigkeit für wichtige Arten rausnehmen. Da bin ich wieder beim Torwart. Das erhoffe ich mir. Und natürlich vielleicht die ein oder andere neue Idee, die ich mitnehmen kann für meine Region. Vielen Dank, Herr Krüger, Landrat Cuxhaven. Viele Grüße im Norden und ich freue mich, Sie in Berlin zu sehen. Bis die Tage in Berlin. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Damm. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.